Solle, Hallöchen und herzlich willkommen hier unten zu einer neuen Folge Surviving Mars hier. Freut mich, dass du wieder angeschaltet hast. Wir haben ein kleines Problem. Unsere Aufmerksamkeit wird verlangt. Wie du siehst, ein Marsbeben. What the heck ist ein Marsbeben? Wir gucken mal. Plötzlich beginnt die Erde zu beben und Bürogegenstände fallen aus den Schränken. Bürogegenstände auf dem Mars? Minuten später hältst du einen Bericht, dass mehrere Gebäude erhebliche Schäden durch einen Marsbeben erlitten haben. Das Epizentrum konnte auf dem Bereich unterhalb der Mohole-Mine eingegrenzt werden. Die Tatsache, dass die Gebäude in der Nähe der Mine am schwersten beschädigt wurden, lässt darauf schließen, dass die Mohole-Mine der Auslöser für das Beben war. Schließen wir die Mohole-Mine und verstärken wir das Fundament mit Beton. Eine Wartung mit 100 erzwingen. Für die nächsten Zinsurs kommt es zu weiteren Marsbeben. Astrogeologe nutzen wir unser Fachwissen, um die Mohole-Mine zu verbessern und zukünftige Umfeld zu verhindern. Okay, also. So, das heißt, unsere Mohole-Mine ist jetzt erst mal was zu, oder wie? Was ist am Arsch hier? Das geht aber nicht, die brauchen wir. Hm, okay. Hatte ich bis jetzt noch nie, aber okay, ne? Ist halt so. Dann müssen wir gucken, was wir noch machen müssen. Es ist kein Wunder, dass die hier alle schlecht gelaunt sind, ne? Die haben alle kein Geld oder was weiß ich hier. Ne, ne, ne. Die meckern rum. Guck, Entspannung fehlt. Sozial fehlt. Entspannung fehlt. Immer weiter, ja? Wir haben noch ihre Gärten. Wir müssen hier noch was hinmachen, aber guck mal hier. 363 Arbeitslose. Das geht mal gar nicht. Die brauchen Wartung, okay. Wohnen können es mit zwei bla 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 reparieren. Haben wir doch. Wir müssen jetzt erst mal, ähm, mach erst mal wieder schnell hier. Und dann würde ich gerne, wir haben ja noch Fabriken und so weiter. Würde ich hier ein paar Arbeitsplätze schaffen. Gerne. Wir brauchen ja eh wieder hier. Weißt du Bescheid, ne? Maschinenteilefabriken, Elektronikfabrik, die machen aus. Edelmetallen machen die. Komm, wir machen zwei Elektronikfabriken. Dann müssen wir die nicht ständig hier. Vielleicht noch eine Polymerfabrik? Könnten wir auch noch mal. Aber die muss draußen sein, ne? Jep. Nicht da hinten, sondern hier machen wir die hin. Hier. So, die braucht Wasser. Das wäre, wo wäre das? Wo wäre das? Das hier ist ja unsere große. Da gehen die raus. Ne, hier können die raus. Das heißt, wir könnten die hier so hinstellen. Ja, wir stellen sie mal so hier hin. Gucken wir mal, was das gibt. Mehr wie voll ins Hemd gehen, kann es nicht. Brauchen wir auch ein bisschen für Sozial und Entspannung hier hinten rein. Luxus einkaufen, Einkaufen, Gaming, Sozial. Wir haben doch einen Riesenkauf. Wollen wir noch ein zweites hier hinmachen? Komm, machen wir noch ein zweites hier hin. Bitteschön. Entspannung können wir die Parks machen. Vielleicht ist das natürlich ein großer Dreck, ne? Was auch sonst. Kann man da rein. Bitteschön. Hier kann auch noch einer rein. Steingarten. So. Dann können wir noch, äh, was ist das hier? Kleine Gassen. Ein Garten. Ist auch so groß. Dann nehmen wir den kleinen Garten. Eins, zwei, drei. Lol. Guck mal, wie direkt alle angerannt kommen. Alle wollen sich entspannen. Was weiß ich. Guck mal, wie die Ameisen kommen, die angerannt. Wie die Ameisen? Wo wollen sie hin? Ich glaube, die gehen da arbeiten. Könnte durchaus möglich sein. Wir machen die mal direkt hier alle voll, weil dann haben wir da halt Ungebildete drin. Die werden die nach und nach sowieso, ähm, verstärken und Fabriken-KI. Verstärken- und Fabriken-KI. Haben wir das hinten überhaupt auch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gerade gucken hier in der. Wahrscheinlich haben wir hier gar nichts gemacht, ne? Doch. Haben wir. Die ist voll. Okay. Könnten wir aber auch noch eine dritte Schicht machen. Können wir nämlich mal Leute reinkriegen. So. Hier können wir Schichten... Really? Freddy? Freddy Planet? Oh, Staubteufel. Was haben die bitte für Namen? Oh, guck mal hier. Wir können hier überall mal. Kein Wunder, ne? Dass wir hier nur Arbeitslose haben, wenn wir nirgendwo mehrere, ähm, mehrere Schichten hier freischalten, ne? Guck, hier alles leer. Unglaublich. Typisch Ede wieder. Typisch Ede. Komm, hier auch noch. Mal gucken, wie viele Arbeitslose wir dann haben. Da ist alles voll. Alles durchgucken jetzt hier. Da war noch was. Hier war noch was. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Nahrung schon wieder. Wir haben 450. Was erzählst du? Oh, Mann. Ich weiß, es wurde auch erzählt, dass wir in den, ähm, genau, dass wir... Da unten, der ist auch zu. Warum? Das ist im Workshop, ähm, ja, es ist hier Cafeterias, nenne ich sie jetzt mal. Oder hier, ähm, Cafés, Lebensmittelgeschäfte, um sie gibt, die kleiner sind, sodass man mehrere bauen kann. Aber ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas runterladen, ja? Machen wir zu hier. Okay, ist alles zu. Alles klar, passt. Passt, passt, passt. So, haben wir hier noch mehr Arbeiter. Da ist alles voll. Alles voll. Hier haben wir noch eine Arbeitsschicht. Hier können wir das auch noch machen. Ähm, da, da. Hier ist nur eins. Da ist noch einer. Leute, heute nicht rum. Ihr könnt jederzeit hier arbeiten, wenn ihr wollt. Das Ding funktioniert direkt. Nö. Machen wir alles voll. Upgraden, upgraden. Braucht noch Rohre. Da will jemand ein Rohr verlegen. So. Bitteschön. Minus 14 Energie. Was? Uhuhu. Okay. Das heißt, wir machen jetzt mal hier oben. Machen wir das am besten hin. Am besten hier irgendwo. Hier haben wir Platz. Ähm. Was bringt am meisten? Was bringt am meisten? Standard Produktion 10. Der bringt 200. Dann lassen wir mal hier so ein, ähm. Gehen wir das hier hin. Da kriegen wir. Ausmal da hin. Bitteschön. Bauen wir noch einen Fusionsreaktor. Gucken, was der bringt. Wir können ja leider nur ein, ähm. Fusio und hier eine künstliche Sonne bauen. Leider. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Wir sind mittlerweile übrigens bei 761 Marsianern. Nur noch 6 auf der Erde geboren. Sieht hier aus. Das ist 236 auf Jobsuche. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bei Arbeitsplätze 32. Deaktivierte Arbeitsplätze 79. Wollen wir denn bitte Arbeitsplätze deaktiviert? Oh, haben wir Arbeitsplätze deaktiviert? Gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Übrigens, was ich sagen kann. Ich weiß ja nicht, ob hier Leute Surviving Mars gucken, die auch die Gilde gucken. Es kam ja jetzt Patch 071 raus. Ich hab's nochmal angespielt und geguckt, aber es ruckelt immer noch so. Es ist echt schade. Das Spiel ist so toll. Mir gefällt's so gut. Und dann ist da nur Ruckel die Buckel. Und du kriegst die Krise. Ding. Bei 100 Energie mehr. Dann schließ mal an hier. So, bitteschön. Dass du die hier auch verteilst. Machen wir direkt ein Upgrade für den Selbstregler. Jawohl. Oh, guck mal. Voll. Voll. Kein Problem. Können wir eigentlich noch ein paar hier hinbauen, ne? Wenn wir Energie bauen, brauchen wir hier Fusionskraftwerke. So einfach geht das. Guck da oben. Die, die, du, du, die. Jetzt sind sie am Arbeiten. Sehr gut. Oh, bitte. Klar, das sollst du weniger als drei aufgebraucht werden. Meteor. Genau. Haben wir auch noch gar nicht gebaut. Fällt mir ein. Oh, doch hier. Wo ist diese komische Dingens? Ja, wir hatten noch diesen Abwehrlaser. Oder haben wir den noch nicht erforscht? Ich meine, wir haben den schon erforscht. Weißt du, sowas vergisst ihr dann immer. Wir haben noch eine Maschinenteilefabrik. Das ist aber gerade egal. Da ist er. MVS Laser. Äh, sehr große Reichweite hat er aber nicht, ne? Dann lassen wir ihn erstmal weg. Dann bauen wir noch ein Wunder hier. Wunder gibt es immer wieder. Wie wäre es mit einem Morpheus-Projekt? Dank des Bessers und Verständnisses des menschlichen Gehirns haben wir das Morpheus-Projekt gegründet. Das Gerät nützt eine Kombination aus psychosomatischen Auslösern und suggestopädischer Methodik, um die Entwicklung neuer Stärken bei erwachsenen Kolonisten zu fördern. Alter. Suggestopädische Methodik. Alles klar. Auf das man auch ja nichts mehr versteht. Weiß Bescheid. Hat der auch eine Range hier? Oder können wir ihn hier hinbauen wollen? Würde ihn gerne hier reinbauen. Geht aber nicht. Schade. Können wir ihn hier so reinbauen? Kommt, dann bauen wir ihn einfach hierbei, weil hier ist eh nichts. So, da hast du auch direkt... Danke. Vielen lieben Dank. Ich hasse es. Warum? Warum ist immer dieser scheiß Sound an? Obwohl du ihn ausstellst. Ich könnte kotzen. Echt. 300 Froschteile. Die haben wir im Leben nicht. 21 verbraucht. Und wir... Warum haben die denn bitte keinen Strom hier? Ne. Ach, das muss repariert werden. Okay. Hab nix gesagt. Da ist auch noch eine Arbeitsschicht gestoppt. Warum? Hier ist nur eine gestoppt. Da ist nur eine gestoppt. Da ist nur eine gestoppt. Total Banane hier. Typisch Ede wieder. Da ist auch noch eine gestoppt. Was haben wir hier? Da ist nur eine gestoppt. Und dann können die auch mal alle essen. Kommt die Nahrung an. Aber schon wieder 9,7 Milliarden. Funktioniert das Mohole wieder? Ja. Das rödelt schon wieder. Das rödelt schon wieder. Sehr schön. So, nochmal. Vielen lieben Dank für das Abo. Aber ich weiß nicht, warum das immer anspringt. Oder warum man den Sound hört, wenn jemand abonniert. Obwohl ich es ausgestellt habe. Es nervt ein bisschen. Leider. Aber was soll's. Es ist, es ist, es wird, es wird, es wird. So. Starten. 200 Froschteile. Wir brauchen euch. Wahrscheinlich fehlen die wieder alle hier, ne? Ja, Beton brauchen die auch. Okay. Hm. Also. Sehr gut. Was funktioniert hier nicht? Sicherheitsstation. Und das Einkaufszentrum. Ich glaube, hier hinten fehlt auf jeden Fall noch. Guck mal, die müssen mittlerweile sehr, sehr weit fahren. Haben wir die mittlerweile erforscht? Bald die Robotik-Farm. Den Drohnen-Hub hier. Wie komme ich auf Robotik-Farm? Egal. So. Wir bringen jetzt das Zeug hier hin. Ja, langsam, langsam, langsam. Kommen halt nicht hier hinten dran, ne? Ne. Da oben auch nicht. Die sind immer auf die, äh, Shuttles hier angewiesen. Aber da kriegen wir schon hin. Wir halten das mal im Auge hier. Hier wird fleißig produziert. Haben wir auch drei Schichten? Okay. Drei-Schicht-Systeme. Oh, guck mal, da haben wir noch vergessen hier. Da haben wir vergessen, die kleinen Parks. Die Schlawingels. Jetzt können sich auch noch Leute erholen. So. Sehr schön. Das heißt, wir könnten hier irgendwo nochmal einen Drohnen-Hub hinbauen. Ich meine, wir haben hier überhaupt keine Lager. Aber abseits. Hier wird schon voll gemacht. Niedelmetalle kriegen wir irgendwie nie voll, glaube ich. Weil wir immer weiter exportieren hier, ne? Kann das sein? Äh, ne. Ist wieder aus. Okay. Aber wir tun halt immer welche exportieren. Und dann ist das nur halb voll. Und bla bla bla. Kämmer, ja. So, Mohol darfst du auch nur eins bauen. Ja, da darfst du überall nur eins von bauen. Das ist natürlich schade. Das Omega-Teleskop. Hätte man vielleicht zuerst bauen sollen. So, dass wir, ähm, schneller Forschungspunkte kriegen. Du bist zu spät. Jetzt ist es zu spät. Kann man später noch irgendwo hier hinbatschen. Äh. Was ist hier los? Gehen alle hier rum. Ich glaube, die laden sich auf. Kann das sein? Ja, nochmal hier gefunden. Wo denn? Tatsache. Wo fährt der rum? Oben steht der rum. Da oben ist auch alles voll. Wo kommen die denn her? Sammeln wir natürlich direkt ein, ne? Gratis. Forschung. Brauchen wir zwar nicht wirklich, aber wir nehmen alles mit, was kommt. Wir nehmen alles, was kommt. So. Wie sieht's aus? Dauert noch ein bisschen. Hm. Ah, jetzt sind wir nur noch Richtung A. Also, es geht schon runter Richtung 100 Arbeitslose. Das kriegen wir auch noch an. Vier Leute noch auf der Erde geboren. Schon so lange keine mehr gekriegt. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Können wir vielleicht... Ach, wir haben 864 Maschinenteile. Können wir hier irgendwo... Beton, Beton, Beton. Metall, Metall, Metall. Edelmetalle, Edelmetalle, Edelmetalle. Wo ist denn unser Maschinenlager? Hier. Okay. Kriegen wir hier noch irgendwas hin? Keine Maschinenteilefabrik. Schade. Wir könnten noch ein paar Sauerstofftanks aufstellen. Weil da haben wir ein bisschen wenig... An... Äh, okay. An Vorrat. Muss ich mal sagen. Hier ist nur noch Platz. Das gefällt mir nicht. Hier ist ein bisschen eng. Hier ist ja alles so Toru-Wabohu gebaut. Da sind 100 drin. Hier sind 400 drin. Wir haben 700. Okay. Also das sollte jetzt auch so langsam anlaufen. Dass hier die ganze Nahrung da reinkommt. Wir sind immer noch am Meckern. Was fehlt denen jetzt wieder? Wollen wir Pause kurz. So. Problem. Arbeitslos. Okay, ja. Siehste, da haben wir nämlich das Problem. Wir brauchen... Wir produzieren gut Polymere. Ich will halt nicht so viel Wasser weg haben. Wie sieht es mit dem Treibstoff aus? Verbrauch 75. Produktion 48. Also das ist schon übel. Weil die gerade hier wie die Blöden durch die Gegend fliegen. Ah. Was machen wir denn da? Noch eine Froschteilfabrik bauen? Komm. Ja, wir bauen noch eine Froschteilfabrik. Die brauchen wir eh wie blöde. So. Und... Da arbeiten viele Leute drin. Tausend Forschung. Dann geht mal her. So, musst du noch hier hin. Fahr mal da hin. Alles klar. Wir gehen doch nur loswerden. Mach wieder zu. Zieh aus. Ähm... Ein bisschen Metall noch. Beton ist da. Froschteile auch fast. Aber haben wir auch kaum noch welche. Schade. Aber gut, so ist das halt. Die Bude voll. 12 von 12. Die arbeiten alle. Yep. Sieht's hier aus. Ähm... Autosave? Nee. Äh... In der Uni. So. Die werden alle... 81 Ingenieure brauchen wir. Wofür denn nur? I don't know. Hahaha. Schön. Ach, schön. So, dann könnten wir vielleicht noch ein paar... ...andere Sachen hier hinbauen, die die brauchen. Walking Institute 9. Nein. Wie wäre es mit einem Kunstladen einfach hier hin? Schauen wir mal so. Können wir vielleicht noch einen Elektronikladen hier hinbauen. So. Dass sie was zu tun haben. Kein... Eine Kunstwerkstatt ist ein bisschen zu groß. Die passt hier nicht hin. Mache ich noch irgendwas Kleines? Oh, eine Werkstatt haben wir noch nicht. Warum sind die Dinger alle so groß? Warum? Hier ein Lebensmittelgeschäft. Äh... Krankenstation. Geht auch hier hin. Bitteschön. Jetzt können wir noch ein bisschen Grünzeug hier reinmachen. Überall. Oh. Was ist schon wieder? Oh, steile. Okay, wir haben nur noch sieben. Stimmt wohl. Da geht nichts hin. Na, haben wir die Dinger mal voll hier. Die, 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 die. So. Was haben wir hier? Noch nicht wirklich was. Da muss dann gleich auch noch was rein. Hier haben wir noch Platz. Weil schade, dass du immer genau, äh, so ein ganzes Dreieck freilassen musst für einen, so einen Tunnel. Aber sie sind halt praktisch, weil du darüber... So, bitteschön. Ihr könnt alle arbeiten, Leute. Ihr könnt alle arbeiten. Bis auf Umfeld, wenn ihr wollt. Mir egal. Gerne. Guck mal, 4 Milliarden schon wieder. Was ist denn aus hier? 24 produziert. 21 verbraucht. Aber das ist wegen hier, ne? Ah, nee. Er steht. Okay. Sehr gut. Warpheus-Projekt steht. So muss das sein. Das gefällt mir. Wie sieht es eigentlich mit dem Wasser aus? 78.000 noch. Das passt. Wenn das so weitergeht, können wir bald hier hinten Wasser abbauen. Das lohnt sich nicht wirklich. Niedrig, niedrig. Okay, der Drohnen-Hub ist auch fertig. Geh noch da forschen. Was können wir denn hier schon wieder neu reinschmeißen? Ähm. Passt fertig hier. Können Zinkunisten mehr aufnehmen. Das ist, ehrlich gesagt, scheißegal. Mal. So. Wir sind bald echt fertig. Dann haben wir alles, was es gibt, erforscht hier. Finde ich gut. Und guck mal hier vorne. Tiefenscan. Ja, wir haben ihn wirklich erforscht. Ja. Wollte jetzt schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Wir haben ihn wirklich erforscht. Ich habe das Game ja schon früher schon mal gespielt. Und weiß, dass es sowas gibt. Niedrig. Gibt es hier hinten nicht noch irgendwo Wasser? Fast 4000 Forschung. Okay. 1500. 300. 300. Really? Willst du mich verarschen? Wollen das? Tiss. Nicht der Rede wert. Realität sehr niedrig. Das interessiert uns nicht. Wir haben bald echt keinen Platz mehr hier. Null Platz. Hier können wir noch alles vollbauen. Drei. Gebäude benötigt Edelmetalle. Okay. Das heißt, wir müssen hier noch ein Depot für Edelmetalle hinbauen. Dann könnten wir hier noch ein Lager für Froschteile hinbauen. Für Froschteile, nicht für Maschinen. Maschinenteile hier. Elektronik. Aber das braucht wieder Strom, ne? Bauen wir das mal so hier hin. Was? Meteorschauer? Sind wir das Wahnsinns? So, lass mal gucken. Kann man jetzt ein bisschen mehr produzieren? 26, 28,5. Okay. Nahrung scheint wirklich anzusteigen. Wir sind jetzt bei 850. Das wird langsam. 186, 185 Arbeitslose nur noch. Also es werden weniger. Kümmern uns um die ganzen Arbeitslosen. 460 haben keine Spezialisierung. Die ist auch analysiert, die Anomalie. Dann kommen wir wieder zurück hier hin. So, kann sich da einstellen. Passt. Was sagt der? Die brauchen halt alle, wie die blöden, ähm, Elektronikteile. Das ist ganz schön huiuiui. Aber okay. So ist das Game. So ist das Game. So. Die produzieren hier. Ah. 10. 10,4. 7,7. Selbst Ärzte oder Forscher hier sind schon am Arbeiten. Arbeitet nicht in Heimatkuppel. Minus 10. Was soll denn das? Okay. Okay. So. Morpheus-Projekt daddelt. Was fehlt noch? Uns fehlt noch, ähm, Pfff. Na, genau. Wo ist es? Wir haben alles, außer das Omega-Teleskop. Würde ich sagen, Omega-Teleskop nächste Folge? Hm. Mal gucken. Wir brauchen ja eh erstmal wieder 300 Frosch-Teile. Das wird dauern, denke ich. Also, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge. Euer Ida.